Hallo Welt, ich bin Captain Knurke und ihr seid dabei, wie ich meine ersten Gehversuche bei YouTube mache. Und ja, ich beginne auch gleich mit einem Let's Play von Minecraft. Ich weiß, eine Million Mal, ich bin halt der eine Million Einste. Eine Million Einste? Ja, passt schon. Fangen wir gleich an. Ich kreiere eine neue Welt. Und kreativ, wie ich bin, nenne ich das LP. Knurke. Und mein Seed, ja, ist einfach auch Knurke mit Ausrufezeichen. Ich bin wichtig, ganz einfach. So, dann wollen wir mal schauen vorab. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es massig Lags geben wird. Das ist schon der zweite Aufnahmeversuch. Beim ersten Mal ist alles hängen geblieben. Mal schauen, wie es jetzt klappt. Die Frames sehen ziemlich bescheiden aus. Mal schauen. Warten wir es ab. So. Jawohl, zwei Frames. Super. Also irgendwas passt da im Moment nicht. Mal schauen. Lassen wir erstmal die Welt aufbauen. Es kann nur besser werden. Wie ich das sehe, sind wir hier am Strand. Machen wir eine Beachparty. Mal kurz schauen, ob wir die Monster anhaben. Easy. Easy. Okay. Easy ist okay. Da bin ich ganz zufrieden mit. So. Wild hat sich aufgebaut. Die Frames sind am Boden. Bewegen wir uns mal. Oh. Okay. Oh. Schleppend. Schauen wir mal kurz. Beach ist schön. Beach ist gut. Aber auch bloß zum Angucken. Ja, ja, ja. Direkt am Strand. Das ist doch mal was. Okay. Das Wichtigste ist natürlich immer wieder Holz. Versorgen wir uns doch gleich mal. Mhm. Okay. Bisschen groß. Mal schauen, wie weit meine Legs kommen. Das war auf jeden Fall besser als bei der ersten Aufnahme. Das war ganz, ganz übel. Ich hasse es, wenn die Bäume so stehen bleiben. Weil es in der Luft hängt. Nicht mit mir. Nicht mit Captain Knorke. Noch mehr. Da ist noch was. Ah. Nimmt ja gar kein Ende. Scheint alles gewesen zu sein. Ja. Ja. Schön die Samen mitnehmen. Und das Holz. Ganz wichtig. So. Gucken wir mal. Mehr Holz. Mehr. Mehr. Of. Sopper. Schwank. Von. Was ich sagen kann, also ich bin kein Pro-Gamer, also Minecraft, ich weiß wie Minecraft funktioniert, ich habe doch schon ein paar Mal gespielt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich der Minecraft-Spieler schlechthin bin. Ich bin eher derjenige, der keine Ahnung hat und einfach mal probiert. Und das wird definitiv auch auffallen. Na, hakt er wohl da ein bisschen? Oh, das klingt doch wieder... Ich weiß nicht, ist das das Geräusch einer Höhle oder von einem Dungeon? Na, mal sehen. Für mich ist eh alles gleich, Monster den Monster. Okay. Holz haben wir jetzt ein bisschen. Kohle habe ich vorhin irgendwo gesehen. Natürlich ganz toll, wenn wir gleich ein bisschen Kohle haben. Ah, hier vorn. Ja, müsste man nicht runterkommen. Wo ist er denn? Ach, da. So, na, das Wichtigste vergessen, klar. Holz, 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 Holz. Okay. 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 Zack. Eine reicht, na, es leckt auf der Walkbench, na sowas. Und eine Axt haben wir dann auch schon mal, sehr schön. Gut, das Ding nehmen wir natürlich wieder mit. Und ich will die Kohle. Sehr schön. Das Texturenpack, was ich verwende, das ist von Honeyball. Hat man vielleicht gesehen, der Walkbench. Da hatte ich ganz groß den guten alten Kronk drinstehen. Wo wir gerade beim Thema Kohle sind, passt ja mal wieder. Der Kronk und seine Kohle. Kohle, 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 Kohle. Mehr, mehr, mehr. Falls zu spät wird, buddeln wir uns hier gleich ein. So, haben wir gleich ein paar Steine. Zack, zack. Und dann gucken wir mal. Wie tief geht das? Zu tief. Für meinen Geschmack. Zack. Halt. Ha. Frosch im Hals. Mehr kräftig schlucken. Was haben wir denn hier? Hm. Hm.